so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die spirit und auch sparkly fireworks auch mal bei lennart ja komisches ding und zwar ja kann man jetzt sagen hersteller fws feuerwerk was auch immer das ist vertrieben wird der ganze spaß durch class 6 ihr werdet wahrscheinlich im titel irgendwo mehr erfahren hier haben wir uns geholt bei pyrolux an der stelle noch mal liebe grüße jungs wenn er so geil wird wie wir den gesehen haben dann haben wir jetzt hier was was richtig interessant wird spirit of ecstasy von unbekannt so 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 alter das ist da nicht normal also ein blitz wird da nicht gespart so 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 so